Wir werden uns die Vorteile für das Unternehmen anschauen. Vorteile sind im Wesentlichen der Nutzen, den das Ganze bringt. Nutzen, Mitarbeiterbindung, Fachkräftegewinnung, Human Resources und auf der anderen Seite Liquidität, finanzielle Unabhängigkeit. Aber die Vorteile von einer pauschal notierten Unterstützungskatz jetzt einmal über das, über den reinen Nutzen hinaus, sind die Möglichkeit der flexiblen Anpassung an das jeweilige Unternehmen. Ich kann speziell auf bestimmte Themen, auf verschiedene Problembereiche, auf verschiedene Gegebenheiten, die Lösungen erfordern, eingehen und da maßgeschneidert bestimmte Konzepte finden, bestimmte Konzepte entwickeln und mit einer Gesellschaft wie uns, mit unseren Rechtsanwälten, mit unseren Steuerberatern, das Ganze dann nicht auch rechtlich sauber umzusetzen, verbindlich, verlässlich, maßgeschneidert und auch nachhaltig wirksam. Das ist für mich der ganz große Nutzen, den das Ganze bringt, dass ich wirklich für jedes Unternehmen keine Lösung, kein Modell, kein fixes Konzept drüber stelle, sondern individuelle, maßgeschneiderte, passgenaue Konzepte machen, um die betrieblichen Anforderungen, um den Nutzen für das Unternehmen möglichst hoch zu quantifizieren. Das ist für mich, ganz wichtig, ganz wichtig. Das ist für mich, ganz wichtig.